Hey Leute, hammergelles Video mit Weisheit. Herzlich willkommen zu eurem neuen Video hier auf meinem Kanal. Ja, heute dachte ich mir, ich habe schon ewig keinen Vlog mehr gemacht, wenn hier und ich Billard spielen waren, beziehungsweise waren wir auch schon ewig nicht mehr Billard spielen. Und heute ist es mal wieder soweit und ich dachte, ich nehme euch einfach mal mit. Ich bin jetzt gerade noch bei meinen Eltern zu Hause und ja, wir fahren jetzt los, holen ihre ab und dann geht es auch schon direkt los. Und ich sage, bis dahin. So, bei Jera angekommen. Wir haben den Herrn jetzt hier aufgenommen. Sag mal Hallo, Sir. Hallo, Sir. Ja, wir fahren jetzt los. Ich hoffe, ich habe gerade schon irgendwie ein paar schöne Shots machen können. Ich weiß es nicht, weil es halt dunkel draußen ist und es ist ein bisschen schwerer. Aber spätestens gleich beim Billard kriegt ihr auf jeden Fall noch ein paar schöne Shots dazu. Und wir fahren jetzt hin und sehen uns dann da. Und wir fahren jetzt hin und sehen uns dann. So, wir sind angekommen. Jera versteckt sich hinter mir. Wir sind da, holen uns den Tisch und wir sehen uns am besten. Wir sind da, holen uns den Tisch und wir sehen uns am besten. Wir sind da, holen uns den Tisch. Jere ist gerade am gewinnen. Stimmt, ich muss auch mal reden. Ja, ich muss auch mal reden, sagt er. Ja, ich nehme mal das, was ich am liebsten mache. Einfach Shots, das reden dazwischen. Das bräuchte ich eigentlich gar nicht. Ich mach einfach irgendwie mal so ein paar... Das könnte ich eigentlich mal machen. Einfach mal so ein paar Videos aus Spaß zusammenschneiden, einfach genüssen, Metics quasi. Ich bin dran. Er will sich hier gerade meinen Zug gaunern. Und ja, ich werde jetzt mal meinen Zug machen. Und mich irgendwie konzentrieren, dass ich irgendjemandem was auf die Reihe kriege. Und wir gucken mal, wie das Ganze so läuft. Ich bin dran. 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 Wir gucken mal. Eventual schnell mal вообще das Video. Hier kommen wir rein, dann gehen wir hier so lang, da ist mein Fernseher, da ist mein Sofa mit meinem Jere, habe ich gekauft, war teuer, aber nur wegen den Klamotten, das Ding an sich war nicht teuer. So, dann haben wir hier meine Küche, ja, wunderschön, hier kann ich immer kochen, da spüle ich immer richtig schön, ja, dann hoch, hier mache ich das Licht aus, dann gehe ich hier quasi durch so einen kleinen Gang, also es ist eine Einzimmerwohnung, aber an sich echt gut aufgeteilt, dann haben wir hier einmal kurz das Bad, das ist ja nicht wirklich interessant und ich mache immer unfassend eine Roomtour irgendwann. Dann habe ich hier so einen kleinen Vorhang hingehängt, damit das so ein bisschen abgetrennt ist und hier ist dann mein Schlafzimmer, da habe ich meinen Schreibtisch, also Arbeitsecke und so. Ja, so sieht das Ganze jetzt aus und ich würde sagen, ich beende damit auch das Video, ich hoffe, es hat euch gefallen, war jetzt nicht allzu viel, weil wir nicht allzu viel gespielt haben, aber trotzdem haben wir versucht, das Beste aus den ganzen Shots zu machen. Wenn ihr mehr Billiards Vlogs sehen wollt, dann lasst gerne ein Like da und einen Kommentar und ansonsten, wenn ihr keinen Vlog mehr verpassen wollt, dann lasst ein Abo da und drückt die Glocke, um nichts mehr zu verpassen. Dann würde ich sagen, wir sehen uns beim nächsten Mal, bis zum nächsten Mal Leute, haut rein!